Also sie deklarieren selbst, dass sie gegen rechts demonstrieren. Sie demonstrieren damit gegen ein zulässiges, ich möchte sogar sagen, gegen ein geradezu notwendiges Spektrum der Demokratie. Und wer das nicht verstanden hat, wer nicht versteht, dass man niemals gegen rechts oder links auf die Straße gehen kann, sondern immer nur gegen Rechtsextremismus oder Linksextremismus, also gegen die Formen, die unseren Staat aktiv bekämpfen, aber eben nicht ein legitimes Spektrum der Demokratie abbilden. Ich glaube, da sind Diskussionen über die Unterschiede bezüglich Patriot, bezüglich was auch immer radikal, das würde da nicht zum Ergebnis führen. Die haben schlicht und ergreifend nicht verstanden.